Christian, am Wochenende waren viele überrascht, dass du auf der Rechtsverteidiger-Position gespielt hast. Wie war für dich die Woche, als der Trainer dich da mal hingestellt hat und du da trainiert hast? Dobra, ich weiß noch nicht, dass ich spielen kann. Ich glaube, das ist eine neue Position für mich. Ich habe nicht in dieser Position gespielt, aber ich bin nicht da, dass ich in dieser Position gespielt habe, sondern dass ich mich im Trainer stelle, um zu spielen zu können. Wie war es für dich auf der Position, wenn du sagst, du hast es noch nie vorher gespielt? Es ist wirklich schwer, weil ich mit Sprinter zu spielen muss. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn du in dieser Position gespielt hast, aber ich glaube, dass es ein sehr solides Mal gespielt hat. Ich glaube, dass es für mich das erste Mal gespielt hat und ich glaube, dass ich in der Zukunft gespielt werde. Er hat ja noch die Chance zum 2-1, kurz zum Schluss. Wie hat ihr die Situation gesehen? Wo wollt ihr hinschießen? Ich habe mich in der ersten Kunde zurückgezogen, aber ich habe gesehen, dass ich in der ersten Kunde gespielt habe. Ich habe in der ersten Kunde gewonnen. Ich habe in der ersten Sekunde 2-1 und am Ende gespielt. Aber ich sage nur, dass ich nicht nur die Chance habe. Ich kann es besser schießen. Es war viel besser, dass ich in der ersten Kunde gespielt habe. Wie wichtig ist es auch für dich? Er war ja letztens auch ein bisschen vor, dass er wieder Spielzeit bekommen hat, auch für ihn persönlich. Ich glaube, dass ich nicht in der ersten Kunde gespielt habe. Ich habe mich auch noch ein paar Dinge gemacht. Ich habe mich über die Trener gesehen und versucht, dass ich mich auf der ersten Kunde gespielt habe. Ich glaube, dass ich mir das noch ein Problem gemacht habe. Ich habe mich in der Zukunft gesehen gesehen gesehen. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber es ist wichtig, dass wir uns heute einen guten Tag gewonnen haben, was mit dem Offensiv- und Defensiv- und Defensiv-System betrifft. Wir können in Offensiv ein wenig besser sein. Wir müssen in irgendwelchen Situationen versuchen, einen Ball zu verlieren. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, die wir nutzen müssen. Aber ich freue mich, dass wir wieder auf 1.11. Dann am besten am Sonntag. Danke dir! Okay.